so letzter teil gta-vorbereitung jetzt krieg ich schon wieder hier oben kaufe dir einen Nachtclub ach komm, leck mich doch jetzt hab ich diese Nachricht da oben und ich kann dir keine Dings annehmen ne, ich kann keine Spieleinladung senden das ist das geilste keine Missionseinladung senden weil der mir grad die Dings gezeigt hat hier, diesen Nachtclub und ich krieg diese Nachricht nicht ausgeblendet Spiel nervt mich nicht ernsthaft so, jetzt hab ich das, was weg ist die Nachricht jetzt dann gehen wir jetzt mal hoch zum Apartment 1335 muss ich los ja, wir haben jetzt 10 Uhr 40 ja, gut, dann haben wir gut 3 Stunden ok das heißt quasi bis 1, ja so, jetzt kann ich euch einladen jetzt ist das diese Scheißnachricht da oben weg ja dann geht's heute mit dem letzten Teil der das Gefängnishausbruch weiter so ach, ihr seid schon frei, ihr seid schon mal ein paar im Apartment oder was wie auf dem auf dem Server also, ja gut, weil ich sehe grad das Baby schon ohne Einladung beitritt also ohne Missionseinladung beitritt dafür ist es ja da so Thomas kommt jetzt, Markus, du kommst auch also, erscheint es ich komme, ich komme, ja hoffentlich hast du einen großen Heimer dabei Fingerhut habe ich dabei, das sollte reichen bei dir danke ich habe diese Evolution, mein Geil ich nehme mir mal diese Müllbeutel, 60 Liter ich nehme die 120er immer die 120er nehme ich als Kondom passt, das ist das einzige, was passt stell ich mir grad bitte dich vor Gert, über deinen Kopf? ne also, über den kleineren Kopf, ja so Markus, wie sieht es bei dir aus? du bist irgendwie wieder aus dem Einladungsmenü äh? ich habe noch keine Einladung gekriegt gehabt doch, du warst schon mal beitreten aber ich hab ich hab da mal rein jetzt achso ne, ich war beim beitreten in dein Server, hab ich doch gesagt achso, ne, weil die nächste war ja die Missionseinladung ja weißt du, dann fangst du schon morgens an zu saufen im Dosenbier hier das ist ja noch nicht mal 11 Uhr morgens ne, die fangst schon mit den Dosenbier so, auf geht's na ja, Assi im Spiel, Assi im Leben ja, geil äh, seid ihr bereit, dass wir starten können oder müsst ihr noch irgendwas machen? ne, noch nicht ok ich geh noch mal kurz, Pinke das ist übrigens keine Vorbereitung das ist schon der letzte, oder? nein, das ist die letzte Vorbereitung das ist die Mission, äh, letzte Vorbereitung mit dem Anwalt und Willer-Team achso weil dann noch gar, da steht nur Gefängnisausbruch naja eigentlich ist das der letzte, ist das nur der letzte Überfall noch letzte Vorbereitung noch naja, den Geschäftspartner von dem Typen ist man ja noch ausschalten so, wenn der Thomas noch mal da ist, dann kann man nämlich starten ok, alle, alle Missionen, alle Munition gekauft haben so können starten baby, ich mag du kannst keine Munition kaufen ja, du hast eine Million drauf, ich kriege es oder nicht ja, ich hab jetzt die Waffen gekauft naja, gut Markus, du bist bereit? ja gut, dann, let's go wir haben gestern ein bisschen Basismissionen gemacht gefällt, ja wahrscheinlich nein, nicht gefällt gemacht ab 1 bis ab 2 die Waffen ist eine Frau, die kann auch keine Munition haben das ist doch fach aber ich kann die Welt doch kriegen, also Ruhe so okay bei Teil 4 ist unten sind wir ja, ihr seht wahrscheinlich die gleiche Katze, wie ich auch mhm so before we remove Professor Reschkowski from his unwelcome stay in prison, we've got to okay we've got to clean up a few other Lusends, pertain to me alle Ohren sich angezogen und dann Kev ich bin hier zu Hause, ich darf das es guckt gerade den Sport welcher Sport will man nicht wissen das ist der letzte Anzug, den ich trage ach, deswegen riecht er so komisch wer weiß, ob ich lebend wieder zurückkehre das liegt nicht an uns nicht, dass geblitztdings was genau, geblitztdings gut so let's go ich hab Angst ich auch dafür, dass wir 20.000 mal neu anfangen müssen machen wir das Ding wieder auf schwer, wahrscheinlich, ne würde ich sagen probier's ich kann's auch auf normal stellen, das liegt an euch normal wär eigentlich gut, ne ja dann machen wir's auf normal, alles gut wo man 20.000 mal neu starten muss na gut, das beim letzten Mal, das lag nicht an uns wir haben beide, wir haben beide Digger beim ersten Mal eigentlich geschafft quasi das lag da gerade, weil Turbo ständig übers Dach wohnt ja dann 5. Mal müsste man das irgendwann mal raffen aber wie gesagt, das ist in Ordnung ähm, ja dann schauen wir dankeschön das ist nicht funktionierend wir sind hinten über die hintere Treppe drüber hoch und dann haben wir nach und nach und vor gegämt ihr kommt also immer von hinten, also ehrlich Alter frag Yvonne äh, warte mal bitte gerade kurz, wie wollen wir die Verteilung machen äh ich wollte, ja geht, Thomas, Yvonne, macht ihr die Anwälte und machen, oder macht ihr die Villa lieber zusammen weil da würde ich halt mir den Markus gerne schnappen als Partner, das passt irgendwie mit dem von mir besser die Villa? ok dann mache ich das Rathaus dann machst du das Rathaus ja, äh, der bleibt Baby drüben am da bleibt Baby drüben am Dings äh, äh, äh der Baby geht dann rüber ins Rathaus, genau und ich gehe rüber zu Markus, äh, hierhin da geht Baby eigentlich quasi Nummer 1 rüber, genau dann passt das Baby, wir müssen schnappen schnappen? schnappen ich, ich, ich und schnappen, was du weinen ähm, ich werde euch dann dabei stumm stellen, weil das für uns einfacher ist, weil wir auch uns absprechen müssen von mir aus so, da sind wir jetzt haben wir die, äh, hier links beim Corona-Mark Markus, würde ich sagen ich fahre mit meinem du fährst, weiter, dann nehme ich mit wir müssen hier mit einem, mit einem Auto wo bist du? nächstes Auto wo bist du? hier hä? Kreuzung ach, du stehst schon da vorne Kreuzung ja, ja ok, du mal mein Gott ich hoffe, dass die beiden das vernünftig hinbekommen weil das Rathaus-Thema ist nicht ganz einfach, die Mission ich finde den Abschluss mit der Villa ein bisschen einfacher so, ja also, ein Team muss heute eine Villa, den Geschäftspartner von dem Raschkowski ausschalten und das andere Team, Thomas und Baby, die gehen äh, Richtung Rathaus und schalten zwei Anwälte aus und dann müssen sie sich noch ein bisschen mit dem Kopf anlegen und dann verschwinden das Stück, was wir nämlich nicht haben wir haben uns wir haben, wenn wir nämlich alles gut machen brauchen wir keine Kopf äh wo wir keinen Kopf hinkommen heute ich lass dich hier oben rauskämpfen ich komm dann von der anderen Seite äh, ok ich kenn das, dass beide hier von der Seite machen die Frage ist, darf ich hier schon mal anfangen weil da sind ja schon ein, zwei Leute mach, mach ruhig ich blockiere nur mit dem Auto die Ausfahrt das, wenn der Abhaum mit dem Auto dann kommt der nicht so einfach raus gut, dann guck ich, dass ich das schon irgendwie möglich finde weil ich glaub, so viele Hammerle gar nicht, die zu zweit sind bei der Mission ich find die nochmal ein bisschen egal ich find die, wie gesagt, immer einfacher scheiße scheiße ich weiß nicht, ob der jetzt ok, Glück ich hab schon ich hab drei Mann weg ich schon jetzt denn der erste hab ich allerdings beim ersten Schuss verfehlt aber der hat dann jetzt hat keiner andere mitgekriegt ok ok das ist eine gute Information die haben schon angefangen die Anwälte auszuschalten das andere Team wie sieht's bei dir drüben aus? alles gut mhm ich geh jetzt schon langsam ran einen hab ich schon ausgeschaltet sehr gut die Frage ist die Frage ist der eine ist hier unten der linke ganz unten, ne? der ist unter dem Auto ich nehm ich nehm das Präzisionsgewehr sehr gut ist das rein und der andere Typ, ne? ja hast du den Typ im Blick weil ich komm von der anderen Seite unten runter ich glaub der ist noch einen höher ne, auf dem Balkon ja der sitzt auf dem Balkon auf der Bank irgendwo glaub ich warte mal ich geh mal gerade den einen kann man ja fast quasi verlagreistigen ich geh mal kurz vor ich geh da irgendwo fest ah, was ist denn der? ich hab den letzten Wächter ja ich frag mich nur grad wie ich jetzt da hochkomme warte mal ich guck gerade ob ich ein ach der sitzt auf dem roten Balkon, ne? na scheiße warte mal ne, ich weiß noch wo der sitzt der sitzt auf der hier auf der Seite vermutlich ich bin schon unterwegs hoch ich bin schon fast da warte mal ah, hier hier ist die Treppe ist tot ok weg hier ja, wir haben hier jetzt Luft ja, der sah der sah, der sah bis zuerst ein bisschen rechts und da habe ich dann gesehen warum kommst du hier nicht mit zum Auto? ach so, du stehst da bis weiter na, ist alles ich geh jetzt was ich geh durchs Haupttor äh ich hab dich gesehen wo du geparkt hast aber ich hab hier ein Auto alles gut guck das zu ich hab schon so ein Jeep also ich bin unterwegs raus so, ich bin auch weg sauber erledigt das war jetzt Gott sei Dank kein oh, Platin welchen Typ war ich hoffen da wahrscheinlich so, sehr gut dann haben wir das echt gut hingekriegt außer der kleine fehlt schon von mir am Anfang der erste da hab ich erst daneben gesetzt so dann sauber Leute gut gemacht ja wir hatten Glück dass der eine bisschen gespackt hat okay ich hab bei meinem den ersten Schuss hab ich ein bisschen daneben gesetzt aber danach der hat es zu spät gecheckt und daher einen haben wir zuerst umgelegt und dann den anderen okay ja, hat der funktioniert also das ist das wichtigste erstmal, dass wir das Ding gepackt haben so, jetzt sitzt ich in meinem Apartment ja, ich bin in meinem ich mach jetzt aber ich sitze in meinem quasi mit dabei ja